Okay, Leute, dann wollen wir doch mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Das kann ja nur Myra sein. Okay, Sebastian, drehen. Es scheint wohl ein bisschen schwer zu sein. Okay, noch einmal. Okay, noch einmal, einmal. Okay, doch, eine Resonanz. Wo? Okay, da haben wir eine. Toter Morbius. Okay, Schrotmunition stand dort. Also finden wir eventuell noch mehr dort. Oder wir können sogar mehr tragen. Wer weiß. Ähm, zwei. Die haben wir schon. Aber hier befindet sich noch eine Resonanz. Wir können hier sogar rein. Aber da wir die als erstes gefunden haben, gehen wir hier rein. Oh Gott, hier sieht es aus, als ob dieses komische Geisterfrau wiederkommt. kurz mal alles kaputt machen, weil es scheint, als ob das hier drinne wäre. Okay, kurz alles kaputt machen. Vielleicht ein Geheimdurchgang. Okay, was haben wir hier noch? Nice. Hier befindet sich jetzt nichts mehr. Oha, war das ein Gefängnis? Oh Gott. Okay, einfach mal durch. Eine geheime Zelle. Ein Ritual? Danke dir, Kollege. Aber wer war das? Okay, er sieht nicht gut aus. Aber durch seine Resonanz werden wir es, glaube ich, erfahren, oder? Oh, shit. Kollege, du lebst ja noch. Ei, ei, ei. Runter, 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 runter. Okay, komm mal her, Kleiner. Komm mal her. Ich habe was für dich. Kommst du? Hier, hier bin ich. Hier. Komm her. Du hast wunderschöne, Rota. Hier, Kollege. Oh Gott, er kommt, er kommt. Nö, ich komm nicht rein. Okay. Ich bin drin, ich bin drin. Dreh dich um, dreh dich um. Nein. Na, schnell zurück. Jetzt, 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 jetzt. Na, schnell. Oder? Doch, jetzt. Ohoho. Ich habe gedacht, ich schaffe es nicht. Okay. Wir haben es geschafft. Aber. Ähm. Keiner von denen hat die Resonanz. Haben wir hier eine Karte? Ne, war ja klar. Ähm. Resonanz war von ihm. Aber hier befindet sich jetzt keine mehr. Das ist seltsam, Leute, weil ich habe jetzt nur noch die da hinten. Also, es ist nur so eine Art Wegweiser. Seltsam. Ich hätte gerne seine Geschichte erfahren, aber da war kein schwarzer Schatten. Okay, dann geht es jetzt da rüber. Was befindet sich dort? Okay, die letzte Tür. Also, scheint hier noch. Ja, ich würde sagen, der steht auf, oder? Der steht auf. Jetzt hebe ich. Okay, das können wir uns anhören. Hier, jetzt hier nicht. Hallo? Ja, ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Aber ich muss ihn kurz abmurksen. Okay. Kriegst du dich um? Ja, nice. Danke dir. Oh, schöne Umarmung. Und. Leg dich hin, Brüder. Geht's dir gut? Ja. Dankeschön für dein Gel. Alter, was ist hier passiert? Was ist das hier für eine Anstalt? Ich dachte, ich komme in eine Kanalisation rein. Und dann kommt sowas auch rein. Ja. Ja, ja, ja. Ich muss nur Sendung einschalten. Warte. Moment. Nein. Noch immer hier. Es war kein Traum. Hallo? Hört mich jemand? Bitte, ich weiß, dass Sie mich hören. Ich tue, was immer Sie wollen. Nur bitte, lassen Sie mich raus. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus. Hä? Was passiert? Oh Gott. Ich werde hier sterben. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Es tut mir leid. Wann habe ich das verdient? Ich bin noch von Hause. Ich weiß nicht, wer du bist. Nach Union. Union gibt es leider nicht mehr. Oh shit. Das tut mir echt leid, was jetzt mit ihr passiert ist. Das ist sie also. Ah, Leute. Ah, ich glaube, das ist echt nicht gut ausgegangen mit dir. Ich glaube, die hat sich selbst irgendwie was angetan. Ich weiß es halt nicht. Ich kann es mir jetzt schlecht vorstellen, dass die Viecher es wandeln. Die können ja gar nicht hier durch. Aber das ist traurig. Das ist eine traurige Geschichte. Ei, 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 ei. Ich weiß zwar nicht, was mit den Typen da ist, aber... Ja, keine Ahnung. Die stecken alle unter einer Decke. Okay. Weiter geht's. Es geht runter. In der Tiefe finden sie unarschlich. Nur durch den Fall hören sie sich erheben. Durch den Fall? Was geht hier vor? Wir werden es erfahren, Sebastian. Beruhige dich. Oh, nein! Das hat weh. Wo bin ich? Meint ihr das mit tiefem Fall? Also ich bin auf jeden Fall tief gefallen. Das bedeutet, wir haben sein Rätsel gelöst. Okay. Also befinden wir uns jetzt irgendwie... Sie haben alles verloren. Nein. Ihr Verzweiflung führte zu Untächtigkeit und dann zu Verzweiflung. Nein! Und die Verzweiflung zu Selbstzerstörung. Wer bist du? Oh, oh. Sie sind ihr eigenes Verlager. Du hast deiner Frau nicht geglaubt. Du wolltest es nicht sehen. Es ist alles auf deinem Schiff. Was für... Du bist ein Versager. Nein! Deinetwegen ist deine Tochter verloren. Ist sie nicht... Du konntest sie nicht retten. Oh, doch. Sie haben geschlüsselte Verlagerung ihrer Wahl. Ich kann sie zum Schloss suchen. Wer sind sie? Was wollen sie von mir? Okay. Ähm. Richtig creepy? Was war das für ein Typ? Unser Haus. Okay. Also, wir haben irgendwie Schuld. Sie können ihre Verhandlung nicht ändern. Nur an ihn. Laufen sie darauf zu. Nicht davor weg. Lilly! Ist das... Lilly? Oh! Nein! Lilly! Bitte! Bitte! Nein! 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 Lilly! Schatz! Oh mein Gott! Junge, 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 Junge! Lauf mich doch nicht einfach so an! Eieiei! Das ist ein paar! Ja! Shotgun, Shotgun! Ähm. Okay. Haben die eine Schwachstelle? Oh, danke für die Money. Okay. Hi. Oh! Shit! Wer hat gesessen? Nein! Okay Noch einmal Okay, okay Leute, ich muss euch was sagen Ich bin jetzt an dieser Stelle mehrmals gestorben Als ich im ganzen Spiel gestorben bin Ähm, ich will versuchen, die mit einem Kopfschuss zu töten Problem ist, es gestaltet sich Sehr, 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 sehr schwierig Okay, das ging auch daneben Alles klar Oh Gott Wo kommst du denn her? Alter Und es brennt auch noch Geh weg von mir Okay, ich glaub, sein Kopf ist weg Sein Kopf ist nicht weg Ach, Freunde Come on Ist er weg? Ja, bitte, bitte, komm runter, bitte Ja, was? Er lebt noch, er lebt noch Er lebt noch, er hat gar nichts mehr Er hat nur noch seinen Kopf oder so Seine Arme wachsen nach Er ist tot Scheiße Okay Okay, es scheint weiter Ist das eine Tür? Das scheint eine Tür zu sein Oh Mama mia Pass auf Ich hab das wirklich Keine Ahnung Zum 15. 14. Keine Ahnung, wie oft ich das jetzt schon versucht habe Und es hat endlich geklappt Oh Gott Meine Energie Aber Da vorne befindet sich ein Medikir Habe ich auch schon alles durchsucht Ähm Und das nehmen wir jetzt auf jeden Fall Oh, jetzt heißt es ganz kurz alles einsammeln, ey Oh Okay Ich hab alles eingesammelt Leute Leute, ich hab die ganze Zeit versucht mit einer Harpone den Kopfschüssen zu verpassen Es hat nicht funktioniert Stefan hat sich hier glatt War mir ein taurenden Auge Und sie haben ihn entfernt Dafür werden sie bewirbt Stefano Die kannten sich Okay Ja, ich denke mal, wir müssen da runter, oder? Ja, ja Oh, Spiegel Okay, ich glaube, wenn wir schon mal hier sind Muss ich mich ganz kurz verstärken War eine Verschnaufpause Okay, da bin ich wieder Kraut? Stimmt, davon habe ich bis jetzt noch nie was benutzt Aber könnten wir bald mal machen, weil Es gibt hier keine Kaffeemaschine Ich habe bis jetzt keine Kaffeemaschine gesehen hier Ja, okay, wäre eigentlich ziemlich unrealistisch Aber, warum nicht? Hier liegt schon Kraut einfach so rum Warum dann keine Kaffeemaschine? Wo sind wir denn eigentlich hier? Ist das denn so ein Sowas zum Opfern? Sieht so aus Und da oben sitzen die ganzen reichen Typen Keine Ahnung, man kennt ja sowas bei solchen komischen Filmen, so Horrorfilmen Und so weiter Die hält echt Gedärme in der Hände Oder was das auch immer ist So, ab nach oben Na komm Sebastian, jetzt kannst du ein bisschen schneller Okay Oh nein, ist das ein Rätsel? Ja, es ist ein Rätsel Okay, welche Schnur gehört welchen? Okay, wir benutzen jetzt einfach mal Ah, wir müssen drehen Okay, einmal nach links Ah, sieht gut aus Sieht gut aus Okay Jetzt müssen wir den hier drehen Ähm Ich denke mal, da müssen wir ein einziges Mal drehen What? Oh nein Nicht so ein Rätsel So Leute Da bin ich wieder Also Das Rätsel hätte ich niemals gelöst Also Wir müssen die zweite Kurbel Von links Müssen wir zweimal nach rechts machen Oder nach links drehen Also ist eigentlich scheißegal Also drehen wir jetzt so zweimal nach rechts So, Command zu löschen Du schaffst das schon So Dann gehen wir jetzt weg von der Dann müssen wir die zweite Kurbel von rechts Einmal nach rechts machen So Und das wäre jetzt halt die hier So Einmal nach rechts, bitte Okay Dann haben wir das jetzt auch schon mal geschafft Dann müssen wir die erste Kurbel von links Einmal nach rechts drehen Ei, 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 ei Come on Du schaffst das Sebastian Komm Sebastian Wir schaffen das So Und dann Die erste Kurbel von rechts Zweimal nach links oder nach rechts machen Ist eigentlich scheißegal Und dann Müsste es fertig sein Zumindest Hä, das hatte ich vorhin auch so Ach, ich hab den oben nur falsch rum gemacht Och Mann Okay Schöne Suppe Oh oh Das ist nicht gut Das ist nicht gut Oh oh Bitte kommt da jetzt nichts Torgi hoch Okay Dankeschön Dankeschön So Dann können wir ja jetzt runter Ich hab gedacht Da kommt jetzt ein Boss Aber mit diesem Scheiß Ich hatte eigentlich alles schon so hingedreht Wie es sein sollte Weil das ist ja richtig easy Ähm Aber ich hatte den oberen Dass die zwei Breiten wirklich aneinander sollten Das hab ich jetzt ein bisschen Ne Nicht so gut gemacht Naja So Das fließt schön raus Okay Weiter geht's Was haben wir denn da Oh 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 nein Was ist das denn Ist hier die Sekte Runterklettern Sofort Sebastian Castellanos Endlich sind sie da Ich hab auf sie gewartet Wer zur Hölle sind sie Meine Anhänger nennen mich Pater Theodor Ich hoffe sie werden mich auch so nennen Mein Freund Noch so ein Irrer mit einem Gottkomplex Einen von euch hab ich heute schon getötet Natürlich haben sie das So gehen sie mit jeder Herausforderung in ihrem Leben um Mit brutaler Gewalt und Einschüchterung Nein Und sehen sie wohin das geführt hat In eine Hölle Die sie selbst erschaffen Nehmen sie die Waffe runter Benutzen sie statt ihrer Fäuste doch einmal ihren Verstand Wir haben das selbe Ziel Sebastian Wir können einander helfen Kommen sie Sie werden mit ihrer Tochter wieder vereint Und ich werde die Macht des Kerns besitzen Ich weiß schon wer Lily hat Ja Und Myra wird sie nicht so einfach hergeben Was? Wo sind sie? Ich würde es ihnen ja sagen Aber sie sind noch nicht bereit Sie müssen sich meiner Gemeinde anschließen Bevor ich es ihnen verraten kann Sagen sie mir wo sie ist Nehmen sie meine Einladung an Ich kann sie von ihrer eigenen Finsternis fortführen Ich kann sie zu Lily führen Sorry Aber ich folge niemandem Nun gut Sie spüren so viel Schmerz Die Vergangenheit verfolgt sie in jedem Augenblick Ich habe es ihnen gezeigt Sie müssen erkennen, dass ich helfen will Kehren sie aus freien Stücken zurück Dann können wir unsere gegebenen Rollen einnehmen Nicht als Liedersacher Sondern als Verbündete Lehmt sie fürs erste Wohl, Sebastian Lilly 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 Sieh an, wer endlich wach ist Wurde auch Zeit Was? Ich könnte Hilfe gebrauchen Du weißt, wie man eine Waffe benutzt, oder? Ja Aber Warum? Kümmer dich um die Seite Schießt, bis sie alle tot sind Oder uns die Munition ausgeht Okay Oha, was ist passiert? Kapitel 10 Versteckt im Stand Ja, mach ich doch Okay, wo ist noch einer? Wo ist noch einer? Was? Was? No way Geh runter von Kidman Kidman, komm her Komm her, bitte Bleib hinter mir Bleib hinter mir No Oh, Kidman Baby Du machst es gut Du machst es gut Hey, Miststück Nicht mit mir Wirk mit dir Okay Kidman, alles gut bei dir Viel zu viele Male Ja Ein bisschen, ein bisschen Haben wir gemacht Ne, Sebastian Mach ich, mach ich Ich such gerade Und was verantworten Komm nachladen, Sebastian Wir brauchen mehr Okay, sie kommen, sie kommen, sie kommen Sollen sie reinkommen Sollen sie reinkommen Ich denke mal Dass ich sie irgendwie Hier so abdenken kann Ah, hi Baby Na, kommst du rein? Es funktioniert nicht Es funktioniert nicht Oh Was willst du denn neben mir? Hey Geh zu Kidman Nein, 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 nein Oh Gott Bitte Kidman nicht schießen Oh, danke Kidman Ah Er will zu hier Bye, bye, Baby Oh, er ist schon tot Die hintere Seite Ich höre noch mehr von denen Was für eine hintere Seite Ach, come on Jetzt kommt nicht noch Ähm Habt ihr gerade das Mädchen gehört? Kidman, komm mal her Komm her, Kidman Komm her Kidman, her, komm, her, komm, her, komm Hier ist noch Feuer, Kidman Komm her, komm her Yes Okay, ich bin mittendrin Aber ist nicht schlimm Ist nicht schlimm Alles ist im grünen Bereich Die sind tot, die sind tot Was, die leben noch? Die müssen doch eigentlich sterben Okay, Kidman Den schaffst du schon Den schaffst du schon Ich glaub an dich Ich glaub an dich Ähm, jetzt nehm ich ganz kurz mal eine Spitze Weil nachher kann ich die nicht mehr aufheben Die dürfen sich nicht zusammenrotten Zusammenrotten Ähm, was war das denn? Jo, der nächste kommt Okay, Kidman Los, pack ihn dir Pack ihn dir Ach, ein Dickerchen What the fuck Was war da denn los? Und er greift mich an Okay Halt die Seite No, Kidman Yes Okay, der ist weg Der nächste kommt Alter, wie viele Kommt denn Ja, dankeschön Kidman schaffst du schon, ne? Ja, ja Alles gut Alles gut mit dir So, was hattest du noch? Oha Jetzt haut sie raus hier Ähm, wie viel Energie hab ich? Ah, hab ich noch genug Okay Ich brauch jetzt noch keine Spritze Geil Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Scheiße Musik Wo denn? Oh shit, nicht du Die hast du noch nicht gesehen Okay, Kidman Oh, noch einer Mist sicher, Mist sicher Ich glaub schon Einfach mal drausschießen Okay, he's dead Ha Das wusste ich gar nicht, dass die jetzt auch kommen Ja, hoffen wir es mal Oh, Kidman, alles gut bei dir Wir haben es schon lange nicht mehr gesehen Wir müssen weiter Hier lang Hä, warte, warte, warte Wenn wir weitergehen, nehm ich kurz den Sprit Kidman, was machst du hier drin? Was hat die im Stem zu suchen? Hä, aber da steht Ach, das ist gar nicht Kidman Ups, Kidman Es tut mir leid Ich dachte, du wärst Kidman Oh, hier liegt noch etwas Ähm Leute Ich muss dazu sagen Ich dachte, das wäre die ganze Zeit Kidman Aber Es scheint nicht Kidman zu sein Weil da steht Frau Das ist einfach eine Frau Ich weiß nicht Wir gehen einfach mal hin Vielleicht hat sie jetzt gleich irgendwas zu sagen Aber hier liegt so viel Sachen rum Die muss ich alles einsammeln Das brauch ich alles Danke Weiß nicht, ob ich das allein geschafft hätte Ich bin Esmeralda Torres Ich bin Sebastian Ich weiß Okay Woher? Sieht aus, als wär's das Wir sollten verschwinden, bevor noch mehr auftauchen Wie bin ich hierher gekommen? Und wer bist du? Keine Zeit für Fragen Mein Unterschlupf ist in der Nähe Wir können unterwegs reden Na los Okay Nimm dir, was du brauchst Ich warte hier Folge Torres zu ihrem Unterschlupf Baby Ich folge dir überhin Wir müssen hier raus Hey oder was ich? Bis dann zu실히